Willkommen zurück, Freunde, hier bei SIEV. Wir müssen ja noch immer auf das Gelände der Heilanstalt gelangen. Mein Gott, schweres Wort. Und damit werden wir jetzt beginnen. Wer weiß, was uns dort erwarten wird, bestimmt nichts Gutes. Da scheint der Eingang schon zu sein. Schleichen uns mal durch das alte, vergammelte Tor. Ein Friedhof. Oh. Ich hoffe, dort sind keine Untoten. Viele Koffer hier. Und dort. Unser Weg hinein. Betritt die Heilanstalt. Kein vertrauenswürdiges Gebäude. Wir werden es aber vorher noch mal ein bisschen hier außen umsehen. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Geheimnis. Mama. Das hört sich schon nicht sehr gut an. Da. Ein Spiegel. Nein, eine Bürste. Schnell auf die andere Seite. War die Tür gerade auch schon offen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist aber ein Spiegel. Was haben wir da? Was für unsere Sammlung? Ein schönes Stück. Das gefällt mir gar nicht. Oh. 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 Falls Aaron hier war, sollte ich vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. Finde Informationen über Aaron. Hallo? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, wir gehen rechts hoch Extra jetzt Ein Fenster Er hat es aufgelassen Warum läuft mir gerade ein kalter Schauer den Rücken runter? Nichts Nicht eine Kleinigkeit zu finden Da Dokumente Patientin 18 Ein Fenster Ein Fenster Ein Fenster Ein Fenster Eine Drehtür Ein Weg nach unten Eine Drehtür Ein Fenster Ein Fenster Ein Fenster Ein Fenster Da geht es noch weiter nach unten. Was haben wir denn hier? Was ist das? Eine Spritze. Gut, hier ist nichts mehr. Dann huschen wir mal schnell zurück. Hier waren wir hier schon. Gehen wir mal wieder hier durch. Da muss ich hin. Wie es scheint. Was haben wir denn hier? Noch etwas Nahrung. Sehr gut. Feuerfeile. Gut, dass ich mir keine geholt hatte. Hier haben wir ja einige gefunden. Ich muss mich wohl einliefern lassen. Freiwillig, versteht sich. Schlüssel benötigt. Schaffe einen Schlüssel aus der Männerabteilung. Hm. Oh, oh. Ich war doch gerade hier drin, oder nicht? Anscheinend nicht. Hm. Was haben wir denn hier? Ah. Sag dir mal Fokus. Wenn das Tor jetzt zugeht, komme ich dann nicht mehr wieder raus. Willkommen in der Männerabteilung. Willkommen in der Männerabteilung. Da ich ja hier bestimmt nicht mit... Was war das? Ich wollte gerade sagen, dass ich hier nicht mit irgendwelchen... Leuten rechnen muss. Da hat mich dieses Geräusch doch gerade ganz schön aufgeschreckt. Und mir läuft immer noch eine Gänsehaut den Rücken runter. Zimmer. Zimmer für Zimmer. Zimmer. Ganz schön groß hier. Zimmer. Zimmer. ullah. Nichts. Warum können wir uns hier verstecken? Oh, was war das? Was versteckt war, muss gefunden werden. Da blinkt auch was, wie kommen wir denn da hin? Ah, hier durch. Was war das, eine Ratte? Ganz schön viel Besteck hier. So komme ich in die Frauenabteilung. Warum ist die Tür zu? Was ich hier gerade höre, gefällt mir gar nicht. Ein Fahrstuhl. Hier ist auch noch eine Tür. Ja, die hatten wir noch nicht. Da kann man durchschauen. Überall wird man hier beobachtet. Oh, oh. Hat das einen Grund, dass man da auf das Bild gucken kann? Ich wusste es. Es hat einen Grund. Dann schauen wir doch mal. Ach ja. Ich habe hier ein Skalpell. Das nehme ich mit. Aber wir hatten auch hier noch etwas, wo ich... Was war das? Ein Geist? Ein Patient nach meinem Geschmack. Falls er den Schlüssel hatte, fang einen Dieb mit einem Dieb. Hehe. Jetzt habe ich hier alles. Wieso ist die Tür denn auch schon wieder zu? Ich habe doch alle aufgelassen. Da, die Türen sind schon wieder alle zu. Alter! Was war das? Zum Teufel. Was war das? Hier muss es ein Monster geben. Ich glaube, wir machen uns jetzt hier ganz schnell vom Acker. Da gehe ich doch lieber in die Frauenabteilung. Zu den netten Girls. kurz. Das sind Schlösser des Barons. Was hat er mit einer Heilanstalt zu schaffen? Jetzt gucken wir aber erstmal durch. Nichts zu sehen. Was hat er mit einer Heilanstaltes? Jetzt gucken wir ihn. Ich hab hier mit einer Heilanstaltes. Das ist ein Runde. Ich hab hier mit einer Heilanstaltes, doch das ist ein Runde. Blut. Vielleicht gibt es irgendwelche medizinischen Akten, die mir weiterhelfen. Au. Mama. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Angelegenheit hier. Die war gerade schon nicht besser. Wieso bin ich eigentlich im Licht? Glasscherben. Was zum Teufel. Heilige Scheiße. Da hat mich einer rausgeschmissen. Gibt es doch gar nicht. Ich wollte da gerade rein und ich werde zurückgedrückt. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Ist ja wohl jetzt nicht wahr. Die Anschalt ist auf jeden Fall verflucht. Das kennen wir doch. Hm. Hmm. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Will mir das gefallen? Will ich da hin? Eigentlich nicht. Komm ich da jetzt wieder rein? Nein. Licht. Feuer. Rein kommt man da nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Hier ist immer noch zu. Ah. Aber das bringt mich hier nicht weiter. Aber da bringt mich das weiter. Denn hier... ...war ich noch nicht drin. Sie kann nicht bleiben. Das ist zu gefährlich. Ähm. Die Tür ist auf. Hier spukt es. Ich will hier weg. Ich will hier auf jeden Fall weg. Ich wusste gleich, du machst Ärger. Aber was hast du getan? Zeig's mir. Begib dich zum Behandlungsflügel. Haben wir hier noch was? Was? Ich will hier noch was. weitergeht. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, Freunde. Dann, little eye. Dann, little eye. Ich will hier noch nicht. Gee. Also, wögel.